Babypuppen Hallo meine lieben Freunde, ich bin die Irene. Und wir warten heute auf eine neue Badewanne für Annabelle. Stimmt's? Die scheint schon da zu sein. Komm, wir schauen mal nach. Da ist sie. Schau mal Annabelle, das ist deine neue Badewanne. Die ist zu schwer. Wir brauchen Hilfe. Schau, schau mal, ich habe einen Teddybär. Und ich habe einen Sausier. Ach, Schatz, du hast mir einen köstlichen Tee gemacht. Hallo Familie Wutz. Hallo Irene, ist etwas passiert? Wir haben eine neue Badewanne für Annabelle geliefert bekommen. Aber die ist sehr schwer. Wir schaffen es nicht, sie hochzukriegen. Könnt sie helfen? Ja, aber sicherlich, Schätzchen. Los, komm. Ja, klar. Peppa, George, könnt ihr so lange auf Annabelle aufpassen? Ja, sicher. Sehr gerne. Schatz, schau mal, was für eine herrliche Badewanne ist. Ich hole sie von vorne und ihr von hinten, okay? Wir sind bereit. Und los. Und. Ach, geht ja wirklich schwer. So. Noch ein bisschen. Komm, 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 komm. Oh nein. Sie passt nicht rein. Ach, hey, Jemini. Ach, Irene, hast du etwa die Türbreite nicht gemessen, als du die Lieferung bestellt hast? Was sollen wir jetzt bloß machen? Ach, macht ja nichts draus. Ich hole nur mein Werkzeug und dann überlegen wir uns was. Hm. Was könnte ich gebrauchen? Das hier? Nein. Hm, das hier. Auch nicht. Aha. Das ist gut. Hm. Und das werden wir zum Messen brauchen. Geil. So, zuerst mit dem Maßband die Türbreite ausmessen. Aha. 40 Zentimeter breit. Hm. Und jetzt die Breite des Bades. Hm. 50 Zentimeter. Die Badewanne ist breiter als der Eingang. Wir müssen die Seitenanhänge abschrauben. So. Und an einer Seite. Und die andere Seite. Hm. Na, wir sind fertig. Super. Dann lass es uns nochmal probieren. Ja. Wir sind bereit. Eins, zwei, drei. Und... Vorsicht. Vor, vor. Ja. Es hat geklappt. Hm. Na, Herr Wutz? Jetzt müssen wir sie wieder zusammenschrauben. Puh, fertig. Vielen, vielen Dank, Herr Wutz. Wir haben aber noch ein paar Details. Lassen Sie auch festschrauben. Puh. Ein paar Kämme. Eine Flasche Shampoo. Ein Föhn. Und ein Spiegel. Wie bequem. Schatz, wir brauchen auch so eine Badewanne. Vielen Dank, Herr und Frau Wutz. Und jetzt, wo alles fertig ist, ist es Zeit, Annabelle zu baden. Annabelle, dein Bad ist fertig. Komm. Schatz, lass uns auch nachsingen. Batsch, hier ein tolles Bad. Samja. Ey, Schorsch. Die Badewanne ist hier an, Annabelle. Komm raus. Schau. Peppa, kannst du uns schon mal Wasser einlassen? Klar, mach ich. Schau. 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 Und wir, Annabelle, ziehen uns so lange um. So. Und. Hm. So. Schaut mal, der Tisch lässt sich rausfahren. Hier können wir Spielzeug hinlegen. Und die Krabbe. Und das Krokodil. Und du, magst du es auch, in der Badewanne zu sitzen? Schreib mir das in den Kommentaren. Ansonsten, man sieht sich. Mach's gut. Tschüss. 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 T Shakespeare.